Durch die Zusammenarbeit der A&M konnten wir in den letzten zwei Monaten vier Mitarbeiter einstellen. Vier qualifizierte Mitarbeiter, wo wir sehr stolz drauf sind. Wir sind jetzt auch schon an einem Punkt angekommen, wo wir die Kampagne einmal umgestalten werden. Weil für unsere Montageteams haben wir jetzt endlich genügend Mitarbeiter gefunden und brauchen jetzt für unser Elektrikerteam neue Mitarbeiter. Nach zwei Monaten haben wir die Kampagne einmal komplett neu umgestellt, weil wir jetzt für die Elektrikerteams einmal neue Elektriker brauchen. Mein Name ist Fabio Katzer, das ist die PV Green GmbH hier. Wir sind hier in Sachsen-Hagen, das ist beim Landkreis Schaumburg. Und wir bieten Photovoltaikanlagen-Installationen an von A bis Z. Das beinhaltet Anträge, komplette Installationen mit dem elektrischen Anschluss zusammen und auch die ganzen Anträge für die Netzbetreiber. Unser Problem war insbesondere bei der Mitarbeitergewinnung. Uns gibt es erst seit gut viereinhalb Monaten und haben dann natürlich Fachpersonal gesucht. In der heutigen Zeit ist es relativ schwierig, Fachpersonal zu finden und sind dann auf die A&M-Unternehmerberatung zugestoßen durch die positiven Resonanzen der Mitbewerber. Wir sind in einer sehr glücklichen Situation, wo wir eine sehr hohe Nachfrage von den Kunden ausbekommen und dementsprechend wollen wir die Nachfrage auch bewältigen können. Da ist es so, dass wir dementsprechend ein gutes Montageteam haben müssen und auch ein Team haben müssen, wo wir uns auch vertrauen können. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und die Herausforderungen sind da dann auch, dass wir langfristig auch planen können. Denn ohne langfristige Planung können wir nicht an unser Ziel arbeiten und auch nicht langfristig Erfolge erzielen. Ich bin aufmerksam geworden durch Marvin Pläntje, der Geschäftsführer der A&M-Unternehmerberatung. Wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte es auch immer im Hinterkopf, denn er macht schon seit Jahren einen sehr, sehr guten Job. Und da war das dann eigentlich sehr schnell, kam der Entschluss dazu, dass wir dann zu Marvin gehen werden und uns da Unterstützung holen. Das Beratungsgespräch war sehr, sehr einfach für uns. Es waren insgesamt nur drei Termine. Diese Termine waren auch sehr kurz gehalten, sehr kompetent, wovon wir immer sehr begeistert sind, dass wir da sehr schnellstmöglich an unser Ziel auch ankommen und waren durch den Weg sehr positiv überzeugt. Der Prozess der Zusammenarbeitung war sehr professionell. Im Endeffekt müssen wir in unserem Unternehmen gar nichts dafür tun. Wir kriegen eine Exit-Tabelle, die ist vorgefertigt. Da sind alle unsere Bewerber mit drin und wir müssten rein gar nichts tun. Wir müssen nur die Bewerber kontaktieren und dann ein Bewerbungsgespräch durchführen. Wir haben natürlich im regionalen Umkreis schon versucht, durch ein bisschen Mundpropaganda und auch durch einen Bekanntenkreis an Mitarbeitern ranzukommen. Das haben wir auch ein Stück weit geschafft. Nur leider, wenn man dann langfristig planen möchte und dann auch in einer gewissen Größe ankommen möchte, führt da kein Weg drumherum, wirklich dann professionelle Wege einzugehen. Ein Einwand ist gewesen, dass es leider zu weit weg von uns war. Also es ist nicht greifbar. Wir konnten es nicht greifen, was das wirklich bedeutet. Dann auch Leads zu schalten und vor allen Dingen dann auch eine extreme Präsenz in dem Online-Marketing dann auch zu haben. Das ist für uns nicht greifbar gewesen. Aber durch die A&M-Unternehmerberatung wurde uns die Angst sehr, sehr schnell genommen und wir konnten sehr schnell dann auch an dem Ziel arbeiten, weil wir haben es sehr, sehr schnell auch begriffen und sind dementsprechend dann auch sofort den Weg gegangen. Ich habe die Dienstleistung von der A&M-Unternehmerberatung genutzt, weil die positiven Resonanzen echt überwiegen waren. Also die Webseite, wie die gestaltet war, hat uns extrem davon überzeugt, denn schlussendlich auch war der A&M-Unternehmerberatung dann auch Kunde zu sein. Es ist ja wie bei großen anderen Unternehmen, die eine sehr, sehr starke Online-Präsenz zeigen und auch ein gutes Außenbild hat. Das gute Außenbild von der A&M ist so unfassbar stark und gut, dass man da kaum Zweifel hat, da jetzt irgendwie nicht Kunde zu sein. Weil genau in diesem Bereich für die Mitarbeitergewinnung sehe ich A&M da schon sehr, sehr weit vorne. Die Vorteile durch die A&M sind insbesondere, dass wir jetzt die grobe Kundennachfrage bewältigen können. Wir haben jetzt mehrere Montageteams, worauf wir auch vertrauen können und auch zurückgreifen können. Das ist uns sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch beim Kunden sehr, sehr wichtig. Mich hat es sehr, sehr positiv überrascht, dass wir in so einer kurzen Zeit von ungefähr zwei Monaten schon vier Leute einstellen konnten und vor allen Dingen auch vier sehr, sehr gute Leute. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die in unserem Unternehmen haben können und sind auch sehr zufrieden mit deren Leistung. Was uns auch noch sehr, sehr positiv überrascht hat, ist, dass wir immer wieder ein Feedback-Gespräch führen können und immer wieder Verbesserungen auch dann an den Kampagnen durchführen können. Diese Feedback-Gespräche sind alle zwei Wochen und sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr zielführend. Wenn ich die Dienstleistung meinem Freund weiterempfehlen würde, würde ich sagen, dass die Mitarbeit extrem zufrieden ist. Die A&M kümmert sich von A bis Z zur Mitarbeitergewinnung und man kann darauf auch vertrauen und kann auch sicher sein, dass es auch funktionieren wird. Denn die A&M ist ein sehr kompetentes Team und die absoluten Experten in diesem Bereich. A&M